Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Armees haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abbrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Gute Nacht. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachfossen voraus sein. Kamera von seinen Männern wachen in einem Feld, ob es geht von ihr. US-Marine, den Einmarsch durch die kleine, höhereiche Nation. Sein Nachfolger, Karles al-Atzad, hat die Infrage in der Tat. So, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Under SUBSCRIBE! healer Ich in der Ver dishes stole! Unter wach FIik-Leere! Inter升, Drehin! Nein, die Leere! Ich in der Leere! Was ist der SKS? Ja, Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Captain Preiss. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Internationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Vanya, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Kirlang, von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gess, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Dann alle Einheiten. Angriff sofort starten. So, schalten Sie die MG-Schütze an den Pepsern aus, damit Kamerows Männer das Gebäude stürmen können. Scheiße! Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamerows. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Hier rein! Machen Sie hin, Kamerows. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bannen einen Weg direkt zu Ihren Informanten. Was ist das? Wie lange ich mich für Sie brauche? Ich werde mich für Sie leben, und ich werde mich für Sie wegziehen. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Kontakt im Nordwesten! Ach. 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 Stimmen! 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 Das war's. Was ist das? Ziel eliminiert! Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und... Genug Scharfschützen. Wo ist der Infermant? Wo ist der? Das Haus. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. War doch gar nicht zu schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zurück aus, bevor dem Infermant was passiert. Schade, los. Fortsen. Hold on withcky! Wake up! Auf! W workse. W. W& Bech. Spann still... WM! W manufacturing Nothing. WM! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 und unterbricht die Strom zur Fuhr. Alle anderen bereit machen. Yes. Jetzt. Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Elektrizität ist geschlossen. Diese Nachtsichtgeräte, mach das einfach. Sascha. Hier ist die Schuss. Dann drücken wir heute diese Polizia. Das ist die Schuss. Hier ist die Schuss. Jägen. Lägen. Bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, aber ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1. Over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg. Ende. Los geht's! Los geht's! Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden nach Assad nun mal zufrieden. Lebend kriegen!